Sport und Freizeit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das sind ja zwei Sachen, die sehr viel miteinander zu tun haben. Und gerade im Jahr der Olympiade sollte man eigentlich nicht nur zuschauen, sondern aktiv mitmachen. Das neueste Freizeitjournal von Ihrem Goob Warenhaus, das gerade in den nächsten Tagen von der Post verteilt wird, enthalten einige Anregungen dafür. Und natürlich noch ganz aktuelle Freizeitmoden für den Sommer. So, und jetzt erkläre ich Goob Freizeitolympiade für eröffnet. Fröhliche Spiele im oder am Wasser. Mit Badhosen, die sitzen, auch wenn es wild zugeht. Für die Weltmeister in Braunwerden hat das Goob Warenhaus das richtige Material. Modische Einteiler, Bikinis oder Badi-Shorts. Aber aufpassen, ein Sonnenbrand kann es trotzdem geben. Am besten spielt man natürlich mit den Ausrüstungen der Profis. Goob führt die bekanntesten Tennis-Marken zu freundschaftlichen Preisen. Eine schnelle Reaktion und Kleider, wo man sich gut drin bewegen kann, das ist das Geheimnis vom Tischtennismeister. Die offizielle Verpflegung kommt vom Goob-Metzger. Den Grill und alles drum und dran findet man im Goob Warenhaus. Das Jogging, eine sehr beliebte Freizeitdisziplin, stellt auf und macht fit. Gesundes Schnell ist man in diesen leichten Shirts und Shorts. Und jetzt zeigen wir Ihnen noch ein paar Beispiele aus dem grossen Freizeit-Mode-Angebot von Ihrem Goob Warenhaus. Besonders aktuell sind T-Shirts, Netz-T-Shirts und Chiles in kräftig fröhlichen Farben. Und vor allem auch Shorts und komfortable Permudas. Aber auch um einen spannenden Wettbewerb können Sie jetzt teilnehmen. Nehmen Sie den Freizeitpass aus Ihrem Prospekt und gehen Sie damit ins Goob Warenhaus. Und gewinnen Sie mit einem kleinen Glück einen von diesen schönen Preisen. Oder vielleicht sogar eine 14-tägige Reise nach Griechenland für zwei Personen. Auch Kinder können wieder mitmachen. Holen Sie in Ihrem Goob Warenhaus einen Bastelbogen und zeigen Sie uns, wie Sie eine Siegerehrung an den Olympiaden vorstellen. Auch hier gibt es wieder tolle Preise zu gewinnen. So, und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spass bei Sport und Spiel bei den Goob Freizeit-Olympiaden im Goob Warenhaus. Sie sehen, wir sind wieder voll in der Spargel-Saison. Bei uns gibt es einen Spargel-Salat Risch. Die Spargel wie immer grosszügig schellen, das holzige Ende abschneiden und in Mundgerechte Stückchen schneiden. Diese im Salzwasser, eine Preise Zucker kommt übrigens auch rein, gar kochen. Hier haben wir eine Soße vorbereitet aus Sonnenblumenöl, Weissweihessig, Salz, Senf und Schnittlauch. Die Spargel werden hier drin eine halbe Stunde mariniert. Die Toastbrotscheibe in Würfel geschnitten mit Anken und ein bisschen Knoblauch-Goldbraun rösten. Mit den gerösteten Brotwürfel und in Streifen geschnittenen Rohschinken garnieren wir unseren Salat. Das Rezept steht in der Goob-Zeitung. Probieren Sie es. Es ist einmal etwas anderes. Eine gute. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Goob französischer Weichkäse Caprice de Dieu statt 3,95 nur 3,10. Französischer Kräuterfrischkäse Tartar 2 mal 80 Gramm statt 3,60 nur 2,95. Salami Tipo Milano Stück an 380 Gramm statt 10,25 nur 8,50. Und geschnitten 100 Gramm statt 2,70 nur 2,25. Alle Zarpasten sind jetzt 50 Kappen günstiger. Und noch morgen übermorgen und am Samstag ein Aprikosencake statt 4,20 nur 3,20. Auf Wiedersehen!